Das ist die Verkackehige. Alter. Ja, ich möchte anmerken, als ob ist man leicht gehandicapt. Warum auch immer. Aua. Ey, komm, wir geben es auf jetzt erstmal. Ja, gehen wir erstmal weiter, das kann man ja sich nicht ansehen. Müssen wir uns aber merken. Ja. Wie auch immer. Unfair. Ja. Vor allem, das war sogar noch eine Lösung. Hast du sogar noch was gekriegt? Nee. Hast du es auch gekriegt? Nee, hast du ein Achievement gekriegt? Ja, Feichrobatics. Zurück. Versuch Nummer zwei. Ich glaube, es gibt kein Zurück. Es gibt immer ein Zurück. Man sieht sich. Wo bin ich, ne? Ich habe erstmal eine Werbepause. Ja, wir kommen zurück zu Ip. So. Ob macht gerade Urlaub? Du hast einfach nur noch recht. Ich habe nur noch recht. Willkommen? Nein. Egal. Wir müssen eh zurück in dieses Level. Party. Ich will mitmachen. Ah, okay. Wir sind schlecht. 370 von 420. Ja. Noch nicht mal die Hälfte. Psst. Ich weiß, dass es mehr als die Hälfte ist. Oh, sie sind wieder Lieder. Der Arztteil gefällt mir auch sehr gut. Ja. Oh. Boink. Ich habe es erwartet irgendwie. Ja, haben wir alle erwartet. Komm. So. Spring mal von da oben auf den drauf. Ich glaube, dass... Je höher der Schwung ist, desto merkt... Ich höre das? Was? Fuck. Du kannst auch von weiter oben... Oh, warte. Warte mal. Yay. Fuck. Warte, bleib mal dann drauf. Okay. Ist da oben was? Erhöht sich der? Nö, oder? Mhm. Aber jetzt. Ach, okay. Wenn du drauf gelesen wirst. Okay. Das wusste ich jetzt nicht, dass du das vorhast. Ja, einfach mal so zum Test. Ich muss nach rechts. Was ist denn los mit dir? Bist du lila heute. Na los. Achso. Na los. Was will denn? Oh Gott. Jetzt sieht es nach Herausforderung aus. Ist ja nicht so, als hätten wir vorher schon Probleme gehabt. Äh, du hast da eine Karte. Und lauf. Keine Sorge. Ich töte sie vorher. Hoffentlich. Ah ja. Irgendwie fühle ich mich sehr passiv in diesem Let's Play bisher. Immer so. Warte. Ja. Warte. Äh, zweiter Versuch. Ja, du. Ja, aber wie komme ich dann hoch? Ah, ich kann einfach runterrennen. Ich wollte gerade sein. Gut. Mach. Und ab mit dir. Siehst du schon wieder so eine Stelle? Einfach nur warte, bis der Gegner, bis der Sprung durch ist. Warte, ich brauche eine Mauer. Äh, stell dich mal ganz nach rechts drauf. Danke. Ich wollte einfach nur auch mal das Gefühl haben, dass ich grün wäre. Gucken kurz da. Mhm, würde ich sagen. Hm, keine Ahnung. Muss da einer vielleicht oben lang? Nee. Kann man doch schnell noch nachgucken. Wenn da irgendwas sein sollte. Hm, sieht nicht so aus. Vielleicht aufeinander und dann einmal springen? Stell ich mal auf. Hm, gut. Gehen wir. Äh! Ähm, das sind Trampoline. Ja, also... Äh! Willst du nach oben oder nach unten? Äh, warte. Wer wäre der passive Teil? Du möchtest ja ein bisschen aktiver sein. Ich glaube, ich muss, äh... Nee, nee, anders. Achso, okay. Oder? Nee, du hattest schon recht. Du hattest schon recht. Du müsstest dann rüber. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hab's aber irgendwie grad nicht verarbeitet. Das ist mir so... Er macht das schon. Der macht das gut. Hm, was ist jetzt? Äh, da unten war das, ne? Nee. Ich seh immer so Dinge. Oder... Warte, wir gehen nochmal rüber. Musst du mir nochmal rüberhelfen? Dann mach ich diesen... Mit dem Schwung nach unten mal. Ja. Ich hab das Gefühl, da unten war wirklich was. Es sieht mir auch so nach einer Stelle aus, wo es passen könnte. Sorry. Ja, für mich ist das kein weiter Weg. Und jetzt... Nee. Ähm. Juhu. Ja. Gut. Nachdem wir jetzt festgestellt haben, da war nix. Wir geben uns weiter. Und ab geht's. Okay, da hätte ich ja jeden. Äh. Die haben ein Muster. Boink. Boink. Nein. Sprung. Kreuzsprung. Sprung. Kreuzsprung. Nein. Das war nicht... Nein. Geh nach unten. Ja. Wie lösche ich die meisten Punkte? Tutorial. Ich hatte Vertrauen. Das sah schon besser aus. Zwei Sprünge und dann rüber. Man kann auf den Dingern nicht springen. Ist mir grad so aufgefallen irgendwie. Erstmal sammeln wir die ein. Du hast die Punkte eingesammelt. Ja, aber nicht die. Wie hast du das grad geschafft? Ich bin durchgelaufen, weil ich die Punkte haben wollte. Die hattest du bei mir eingesammelt. Ja. Ja. Bei mir nicht. Okay. Komisch. Äh. Reaktion. Zweiter Versuch. Reaktion gleich Reaktion, ja. Springen wir von da oben einmal drauf. Weiter rennen. Du musst in meiner Dimension bleiben. Äh. Wenn man dieses Nasehochziehen von Zeit zu Zeit hört. Sorry. Aber das hält mich davon ab zu ersticken. Du hast ja keine Facecam, weil dann würde man wenigstens sehen, wenn du rot ansprichst. Okay, jetzt muss ich arbeiten. Und da unten links war was. Ich hab was gesehen. Äh. Ich hab ne Idee. Wir kürzen's ab. Was? Okay. So und. Wie kriegen wir dich hier hin? Ich hab ne Idee. Krieg ich mehr Schwung? Weiß ich's nicht. Ich glaub ich muss dann da direkt durch und dann. Aber hab ich denn genug Schwung um. Ich bin grad am überlegen. Wie kriegen wir die auf dich genug Schwung? Vielleicht kannst du. Äh. Wie hoch ist denn das da? Was denn? Das Ding da unten? Mhm. Also wenn ich mit vollem Schwung komme. Hab ich einiges noch über. Wie du könntest mich auf eine. Aber die Kante würde nicht reichen. Reicht es nicht? Äh. Ich kann von der Kante aus einen Sprung machen mit dir. Vielleicht reicht das schon. Ja okay. Dann lass uns das so ausprobieren. Also nicht von hier nach unten. Sondern von hier oben. Nach oben. Aber ich komm da unten nicht durch. Ja aber wenn du dann auf dem Trampolin stehst. Haben wir es schon geschafft. Wir müssen dich ja nur wieder aufs Trampolin kriegen. Weil ich dann von der anderen Seite dir den Schwung gebe. Ja also soll ich hier unten warten? Du kickst mich dann. Ne ne äh. Du kommst jetzt wieder erstmal auf meine. Äh nach da oben. Okay. Achso und dann von hier aus. Jetzt spring auf mich drauf. Reicht das schon? Ne gut dann reicht es von hier drüben. Ja wenn wir den Sprung richtig timen reicht es. Und ich springe. Und ich springe. Ah da bin ich wieder. Ja das reicht. So und jetzt stellst du dich aufs Trampolin? Wir machen nochmal. Ich brauchte mehr Schwung. Sorry mein Fehler. Ah du bist ja noch unten. So das ist jetzt genug Schwung. Raketen start. Stell dich weiter nach. Nein ich darf dich da nicht runterwerfen. Nach hier oder? Nach links. Nach links an die Ecke. Und ab mit dir. Ah ah. Das muss reichen. Komm mal hierher. Ah ich weiß was du meinst. Ich komm da ja auch hin. Du kommst auf das Feld? Ich komm sogar hier direkt hin. Gut. Äh jetzt muss ich nur noch einmal hier lang fliegen. Muss ich wieder warten. Nein. Ah. Vielleicht haben wir jetzt mal mehr Glück. Jetzt kommt wieder ein Speziallevel. Ich seh das Teil schon mal. Ausgang. Du möchtest gleich wieder weg. Okay. Wir haben drei Trampoline. Vier Trampoline. Und das war's. Äh. Ja. Klappt. Okay. Oder ich muss auf. Warte ich muss auf das Größere vielleicht springen. Ey das schaffe ich nicht. Aber schaffst du es in der Zeit bis noch da? Ja das schaffe ich. Aber wie geht es dann weiter? Wir müssen ja höher kommen wieder. Kommst du dich dann nach da links hoch? Vielleicht. Ja okay. Wir machen mal. Ich habe eine Idee. Ach okay ich soll dann. Ja dann regeln wir es so. Abwechseln einfach. Ich muss auch richtig ansetzen. So und jetzt links rüber. Auf diese. Achso. Ah okay. Du weißt jetzt wie ich es meine? Ja. Und dann müssen wir wieder zurückkommen. So und jetzt wieder zurück. Ach boah nochmal zurück. Ja das müssen wir dreimal machen. Weil wir gewinnen dadurch Höhe. Insgesamt. Aber bei diesem Rätsel weiß ich wenigstens einen Ansatz wie ich es machen muss. Du musst sofort losrennen. Okay. So und jetzt das letzte Mal. Fuck ich habe unterschätzt, dass ich so weit fliege. Nein. Ich will nicht mehr laufen. Aber das Rätsel ist cool. Dein Fehler diesmal. Ja ich bin auf dem Zick geblieben. Ja bei dem hier musst du einmal kurz abbremsen. Mein Fehler. Da darf ich nicht abbremsen. Okay. Nicht bremsen, bremsen, nicht bremsen. Nicht bremsen, bremsen, nicht bremsen. Das war knapp. Und wir haben irgendwo Schwung verloren. Ich glaube du warst nicht so hoch abgesprungen. Am linken. Das Rätsel sieht aber machbar aus. Knapp. Komm richtig hoch springen. Ja das sieht... Wollen wir Seiten tauschen? Nein. Jetzt bin ich eingespielt. Was war das denn? Computer sagt nein. Ich wollte keinen Schwung. Wollte keinen Schwung. Ich glaube das war wieder nicht volle Höhe. Boin. Heute keinen Schwung. Was ist das denn immer? Ich wollte das Reflex weiterrennen. So jetzt. Finaler Versuch. So und jetzt. Einmal noch rüber. Yes. Wow. Wir sind nicht zu dumm für dieses Spiel. Nein. Gar nicht. Das haben die falsch gesagt. Da in den Kommentaren. Aber ich muss nicht wieder rüberschleudern. Beispiel hier wieder Chauffeur. Bonk. Das war gut abgestimmt. Irgendwie nicht. Weil ich das nicht vorhatte eigentlich. Nein. Hör auf dir. Bei mir hast du alle auf einmal eingesammelt. Nee. Weil wir sind zu splittert. Okay. Ich muss noch. Nein. Du musst noch um. Weil ich wieder nach unten komme. Weil. Nein. Nein. Ich brauch den Schwung. Ach so. Okay. Ich muss doch wieder nach unten kommen. So. Jetzt können wir die. Nein. Warte. Ich rette schnell die Punkte. Gut. Zweiter Versuch. Okay. Wenn du da stehst. Ich töte den ersten jetzt direkt. So. Da ist der zweite. Ich kann hier nicht weiter. Spring drüber. Spring drüber. Spring drüber. Ach so. Dann renn drunter. Dieser Takt. Gefällt mir nicht. Ganz vorsichtig. Äh. Renn jetzt los. Jetzt. So. Du kommst hier wieder raus. Ich nicht. Also. Und. Eins. Und zwei. Ich hab ihn. Das. Nein. Ich akzeptiere. Das. Nein. Ich akzeptiere das nicht. Oh Mann. Oh Mann. So. Stirbt. Komm. Spring drüber. Renn durch. Boah. Nein. Wolltest du grad. Ja du wolltest. Nein. Wollte ich nicht. Siehst du das Ding da oben rechts? Ja. Ungefähr da. Hm. Weißt du wie man da hinkommt? Mit dem Krampolin da unten. Sicher? Hier? Hm. Erstmal hier die Dinger töten. Diese Kopfbewegung vom Weib. Ja. Immer im Beat. So. Denn. Äh. Das Gute ist. Du siehst es. Stell dich mal auf meinen Kopf. Auf meinen Kopf. Vielleicht nicht, wenn ich gerade hochspringe. Vielleicht gehst du einfach runter. Lol. Okay. Äh. Sieht schon fast nach einer Lösung aus. Ach. Ich weiß sie. It's sie. Spring. Warte. Ich hab ne Idee. Und zwar. Warte das nicht mehr drauf. So. Ich spring jetzt als erstes auf ihn. Er katapultiert mich rüber. Und dann springst du nach darüber. Ja. Aber wenn er dich rüber katapultiert. Ist der Schwumm weg. Deshalb. Spring mal rüber. Einfach direkt von hier rüber. Ich kann während du springst nicht springen, glaube ich. Sicher? Doch. Wir springen die ganze Zeit, während ein anderer springt. So. Und jetzt springst du von dem Typen da drauf. Und kommst mit rüber. So. Und jetzt. Spring. Ich glaub das war falsch getimt. Ne. So. Weiter geht's. Mir gefällt das Sprungmuster nicht. So. Gut gelöst. Boah. Und da wir gerade eine Party haben. Und erkennen wie schlecht wir waren. Wir werden von Level zu Level schlechter. Würde ich sagen. War es das erstmal für die erste Aufnahmesession. Ib und ob. Während hier ein lila. Strahl. in den Himmel geht. Und wieder gegen den Boden. Illuminati. Das ist ein schlechtes Dreieck. Das ist ein Schuh. Ja. Das ist aber. Ja. Wir nähern uns in einem Dreieck. Ja. Hey das war ziemlich gefühlt. Da ist es. Jeder kann es sehen. Ja. Gut. Ist aber kleiner. Gut. Okay. Machen wir da einfach ein. Warte. Ich lasse die Linie kurz. Ein Schlussstrich. Nein. Ein Haken drunter. In grün. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja. Lasst einen Kommentar da. Auch bei den vorherigen Parts. Ich bin ein Ninja. Nebenbei. Und. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es heißt. Willkommen zurück zu Epp und Ob. Mit dem Fennemies und dem Manadier. Bis zum nächsten Mal. Tschö.